hallo und da bin ich wieder zu einer weiteren folge wir starten wir damit direkt dass wir mal eine mal direkt eine plantage bauen weil ich schon wo ich bauen werde wenn ich hier die ganze kacke mal jemand generiert hat generier dich generier dich hier du auch, generier dich, generier dich generier dich kann ich doch hier auch so schön so schön in der Schlucht auch so eine Plantage irgendwie bauen so eine so eine, irgendwie so eine kleine Plantage kann ja nicht allzu allzu groß machen weil sonst geht das dann mit dem Wasser dann nicht mit der Erntemaschine breit kann ich hier machen wie sonst wie sonst was der lang kann ich hier eigentlich auch machen nur hier mal mit dem Stockwerken wo ich hier mal drauf passen dann habe ich nämlich eine gute Idee weil dann brauche ich eine schöne Red Song Verbindung hier hier in unser schönes Haus rein dann machen wir da den heiligen Hebel den wir dann nur noch betätigen müssen jetzt wäre mal ein Eimer gut guck ich mal wie lange ich die dann machen kann ich irgendwo von irgendetwas was er herkriegen kann das war ein bisschen schlecht jetzt sagen wir wie krass das ein bisschen ein k 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 Egal Nein 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 Doch doch hier ist das So krieg ich es am schnellsten Wasser Ich glaube hier mal Sumpf da Ist kein Sumpf gewesen aber Du hast so Der Sumpf wird erstmal schon kaputt Kniefackeln hinsetzen Werden wir zwar später Sternstufen hinsetzen aber Macht ja nichts ne So So Ich sammle Ich mach hier mal die Pistons rein So Mach hier auch noch Pistons hin Einpisten So Damit hier dann eben halt in die Wasserquelle sein Klar Warten wir jetzt muss tiefer Es muss tiefer Weil Hier kommt ja dann das Kies hin Mal unterbinden können So 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 kommt aber ja zuerst mal ich ihm die und ich wollte das mit sand machen wenn es ist erst mal gucken wir es machen und hieß dann samt am besten ja das müssen unsere pistons sein ja das sind noch unsere pistons heißt das locker interessiert uns gar nicht wir könnten eigentlich noch tiefer wenn ich das so schön so lange laufen lassen mit repeater dabei an dann müssen wir die leitung später verlegen theoretisch muss ich jetzt auch wieder schluss machen vielleicht drehe ich heute abend noch eine folge ja werde ich sicherlich auch machen sage ich hiermit tschüss und bis zum nächsten mal